So, Freunde, der erste Endgegner von Rem'n from the Ashes 2. In your face. Er schaut sich ja gerne hoch. Ah, komm. Ah, komm. Das war's für heute. Los, lauf! Los, komm! Er ist doch gleich hin! Yo! Wir haben ihn! Alter, war das ein Krampf! Wuuuuh! Wuuuuh! Oh, das namenslose Nest! Heftig, heftig! Mann, 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 Mann! Uh, Freunde! Ich würde sagen, wir speichern mal an dieser Stelle! Da gibt es auch eine schöne Truhe noch! Oh, danke dafür! Oh, Mann, 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 Mann! Ja, ist auch gleich der Ausgang! Verlassen! Ja, das kannst du aber glauben! Ich muss weg! Vielen Dank! Uh, Mann, 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 ey! War aber ein nerviger Gegner, oder? Ja, das ist auch ein bisschen... So! Müssen wir noch wieder zurück? Verbotene Haien, da sind wir wieder! Ach du Scheiße! Ich will eigentlich hier gar kein Kampfs mehr haben, weil ich habe keine Energie mehr! Können wir hier nicht irgendwo abhauen? Ich weiß ja, dass die alle hinter mir und der kommen, aber... Alter, selbst Bambi greift hier an! Gott, ey, die machen hier erstmal richtig fit, ne? Leute, geht denn hier ab? Okay, wenn man die nicht bekämpft, dann denkt man kann einfach nur abhauen, ne? Ja, ich würde auch sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss Weil es ging ja erstmal um den Endgegner Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit Wir sehen uns im nächsten Teil, bis dahin